Hallo ihr Lieben, nach dieser kleinen Unterbrechung eben kommt jetzt die Geschichte in ihrer Gänze. Denn heute mache ich das 18. Türchen auf meines literarischen Adventskalenders. Gelesen aus diesem Buch Weihnachts-Wundernacht-Band 7, dem Band aus dem Jahr 2018, dem aktuellen Band erschienen, im Brendo Verlag herausgegeben von Thomas Lappstein. Und gestern habe ich ja, wie gesagt, die Geschichte von Miriam Kölmer Vogt gelesen und heute bleibt es in der Familie. Denn ich lese von Fabian Vogt, Wasser des Lebens. Als Joachim nach dem Weihnachtsgottesdienst die Haustür aufschloss und noch ganz beseelt in den Flur trat, machte es. Platsch! Was ist denn hier los? Seine Frau Julia drängelte von hinten. Mach mal ein bisschen hin, ich muss mich noch um den Weihnachtsbraten kümmern. Joachim drehte sich um. Warte! Der Flur steht unter Wasser. Wie bitte? Wirklich? So ein Mist! Alles voll! Habe ich dir nicht gesagt, du sollst keine Waschmaschine mehr anschmeißen. Aber du, du musst es ja unbedingt während des Weihnachtsgottesdienst. Und jetzt haben wir den Salat. Quatsch! Die Waschmaschine steht doch im Keller. Lass mich mal gucken, bitte. Ja, aber durch das Waschen gibt es Druck auf die Rohre. Julia zog Joachim zur Seite, schob die Haustür ganz auf und stöhnte. Ach nee! Was für eine Sauerei! Und das am Weihnachtsabend! Ich könnte kotzen! Was ist denn los? Ihre Tochter Lina, die bislang auf ihr Smartphone geschaut hatte, erschien in der Türöffnung. Ihhh! Ist ja alles voller Wasser! Joachim verdrehte die Augen. Blitzmerkerin! Vermutlich ein Wasserrohrbruch. Weil deine Mutter es mal wieder nicht lassen konnte am Weihnachtsabend. Es reicht! Was machen wir denn jetzt? Sollen wir zu meinen Eltern fahren? Lina und Joachim riefen gleichzeitig, auf keinen Fall zu irgendwelchen Freunden. Die Tochter tippte schon wieder auf ihrem Smartphone rum. Ohne den Kopf zu heben, sagte sie, Och nee! Hier ist doch alles so schön vorbereitet mit dem Weihnachtsbaum und den Geschenken. Joachim unterbrach sie. Ja, aber was willst du dieses Jahr in Flossenweihnachten feiern oder was? Guck doch mal! Das steht mindestens einen halben Zentimeter hoch. Im Flur und im Wohnzimmer. Egal wie wir feiern. Wir müssen erstmal diese widerliche Überschwemmung wegbekommen. Na toll! Seine Frau übernahm das Kommando. Wartet mal! Wir machen das jetzt so. Lina, du bringst den ganzen Weihnachtskram hoch in dein Zimmer, inklusive der Geschenke, der Gedecke und inklusive des Weihnachtsbaums. Was? Das Riesending? Papa hilft dir bestimmt. Nachdem er den Klempner-Notdienst oder wie das heißt, angerufen hat. Hoffentlich kommen die an Weihnachten überhaupt. Und ich versuche mal, möglichst viel von der Sauerei zu beseitigen. Netter Plan, sagte Joachim leicht sarkastisch. Aber vielleicht sollten wir erstmal rausfinden, wo das Wasser überhaupt herkommt und das Stoppen, sonst nutzt doch alles Rumgewische nichts. Julia schaute ihren Mann trotzig an. Das gehört natürlich auch zu deinen Aufgaben. Dreh einfach den Hauptwasserhahn ab. Ach, und wo finde ich den? Keine Ahnung, sowas ist Männersache. Na super! Grummelnd verzog sich Joachim ins Haus. Bei jedem Schritt ertönte ein lautes Platsch. Lina hatte ebenfalls ihre Schuhe ausgezogen und war barfuß in den Flur gestiegen. Wie geht es das kalt? Äh, Mama? Wollen wir nicht doch einfach zur Kaufmanns fahren? Die gewähren uns bestimmt Asyl. Nee, jetzt bleiben wir hier. Außerdem habe ich mir solche Mühe mit dem Weihnachtsbraten gemacht. Der wird jetzt auch gegessen. Aber es ist doch alles total feucht. Julia seufzte, als sie die Stelle entdeckte, an der das Wasser aus der Wand kam. Direkt neben der Garderobe. Es schlängelte sich die geblümte Tapete hinunter und verteilte sich dann großflächig auf dem Linoleumfußboden. Sie ging in die Küche, um einen Eimer und einen Putzlappen zu holen, während sie im Keller ihren Mann aufgeregt telefonieren hörte. Erst in zwei Stunden. Ja, ich weiß, dass heute Weihnachten ist. Nein, tut mir leid, Herr Börner. Bitte kommen Sie möglichst schnell. Dann ging das Licht aus. Julia schrie überrascht auf. Ach, was ist denn jetzt los? Joachims Stimme drang dumpf aus dem Keller. Der Typ vom Notdienst hat gesagt, wir müssen als erstes alle Sicherungen rausmachen. Wenn das Wasser in die Steckdosen läuft, kann das lebensgefährlich werden. Ja, ja, aber mein Braten. Ich brauch doch den Ofen. Keine Chance. Und das Schlimmste ist, ohne Strom geht auch die Eizung nicht mehr. Lina, die gerade verzweifelt versuchte, den geschmückten Tannenbaum die Treppe hochzuwuchten, lehnte sich genervt gegen die Wand. Äh, was für ein Fest. Nichts zu essen. Gleich wird es scheißkalt und dieser bescheuerte Tannenbaum steckt fest. Das ist ja mal ein echt geiler Weihnachtsabend. Und sehen tut man auch nichts mehr. Das heißt nicht tut. Ihre Mutter holte aus der Küche eine Taschenlampe. Dann trat sie zu ihrer Tochter und fummelte so lange an den Ästen des Tannenbaums herum, bis dieser sich endlich nach oben bewegte. Nicht ohne mehrere grüne Streifen an der Wand zu hinterlassen. Na, ist egal, muss ja jetzt ohnehin alles renoviert werden. Wir dürfen auf keinen Fall vergessen, heute noch die Versicherung anzurufen. Sie brüllte durchs Haus. Joachim, ruf die Versicherung an! Lina stellte währenddessen den Baum neben das Klavier in ihrem Zimmer. Sieht bestimmt gar nicht mal so schlecht aus. Nur schade, dass es so dunkel ist. Ich suche mal ein paar Kerzen. In diesem Moment kam ein Schrei aus dem Keller. Ich hab' ihn! Joachims Worte klangen begeistert. Wen? Den Weihnachtselch? Nein, den Hauptwasserhahn! Dann ist erstmal mit der Katastrophe Schluss! Julia, die wieder nach unten gegangen war, leuchtete fasziniert mit ihrer Taschenlampe auf die Wand neben der Garderobe und tatsächlich, kurz darauf, versiegte das Rinnsal. Sie legte die Lampe auf die Anrichter und begann, das Wasser am Boden mit dem Putzlumpen aufzuwischen. Wischen, auswringen, wischen, auswringen, wischen, auswringen. Kann wenigstens jemand mal Musik anmachen? Joachim blökte, kein Strom! Da klopfte es. Julia ging zur Tür und öffnete. Fröhliche Weihnachten, sagte der Mann vor dem Eingang. Ihre Klingel geht nicht, kleiner Scherz. Ich bin vom Notdienst, Gabriel Baumann. Äh, ja, Ihnen auch ein frohes Fest. Ich dachte, Sie kommen erst in zwei Stunden. Der Mann lachte. Ihr Mann hat gar nicht mit mir gesprochen, sondern mit einem Kollegen von mir, Peter Börner. Und der hat mich gefragt, ob ich einspringen kann. Und hier bin ich. Er leuchtete mit einem Handscheinwerfer in den Flur. Ach, ich sehe schon, die Steigleitung. Höchstwahrscheinlich eine geplatzte Naht. Sieht vermutlich schlimmer aus, als es ist. Wie ich sehe, ist das Wasser ja schon abgestellt. Joachim kam aus dem Gelauch. Natürlich! Der Klempner leuchtete ihm mitten ins Gesicht, woraufhin Joachim die Augen zusammenkneifen musste. Oh, Entschuldigung! Also, Strom und Wasser sind aus. Da kann ich ja jetzt gar nicht mehr so viel machen. Ich schlage vor, dass ich morgen früh wiederkomme und den Schaden bei Tageslicht in aller Ruhe behebe. Ich habe aber im Auto so ein paar Geräte, mit denen man das Wasser auf dem Boden deutlich schneller wegbekommt, als mit so einem Putzlumpen. Die hole ich gerade mal. Dann hat sich mein Einsatz wenigstens gelohnt. Julia räusperte sich. Gibt es nicht irgendeine Chance, dass ich meinen Herd wieder benutzen kann? Ich habe mir solche Mühe mit der Vorbereitung des Weihnachtsbratens gegeben. Gabriel Baumann schüttelte den Kopf. Leider nein. Wir müssen sogar sicherstellen, dass die Wand absolut trocken ist, bevor Sie den Strom wieder einstellen dürfen. Ich hatte da mal einen Fall. Ach nee, das erzähle ich Ihnen lieber nicht an Weihnachten. Aber Sie haben doch einen Grill auf dem Balkon, wie ich gesehen habe. Wissen Sie, Wintergrillen ist ja neuerdings total in. Joachim schnalzte. Hey, dass ich daran nicht gedacht habe. Natürlich. Schatz, ich gehe direkt raus und sorge für ein exvisites Weihnachtsmenü. Ich kann sogar das Gemüse grillen. Wow, da freue ich mich schon richtig drauf. Linas Kopf tauchte auf der Treppe auf. Aber der Weihnachtsbaum braucht Strom, sonst wirkt er überhaupt nicht. Und Weihnachten ohne Weihnachtsbaum ist einfach Schrott. Tja, ich wollte ja ohnehin echte Kerzen, aber ihr? Julia schaute ihren Mann sehr streng an. Der Klempner dagegen lachte. Haben Sie vielleicht noch ein paar Kerzen im Haus oder ein paar Taschenlampen? Müsste ich gucken, wieso? Auf dem Gesicht des Handwerkers erschienen zwei Grübchen. Ach, ich hatte da gerade so eine Idee. Ich habe letzte Woche einen Bart mit Spiegelkacheln ausgekleidet. Und davon sind noch einige in meinem Wagen. Wir könnten eine davon zerdeppern und die Scherben an ihren Weihnachtsbaum hängen. Das sieht bestimmt toll aus, wenn die dann das Licht der Kerzen widerspiegeln. Julia zuckte zusammen und starrte ihr gegenüber an. Ein wenig stotternd sagt sie, äh, äh, was? Das meinen sie bestimmt nicht ernst, oder? Gerade sie müssten noch wissen, dass es sieben Jahre Pech bringt, wenn man einen Spiegel zerschlägt. Sieben Jahre Pech! Das ist sicher nicht das Richtige für einen beschaulichen Weihnachtsabend. Da fing der Mann schallend an zu lachen. Verzeihen Sie, aber das ist schon komisch. Heute ist Heiligabend. Heute feiert die ganze Welt die Geburt des himmlischen Retters Jesus Christus. Und Sie haben Angst vor solchen Ammenmärchen? Nehmen Sie mir das bitte nicht übel, aber so ganz passt das nicht zusammen, oder? Entweder lassen Sie sich von irgendeinem Aberglauben bestimmen oder von der Weihnachtsbotschaft. Denn wenn Jesus tatsächlich gekommen ist, um die Welt zu erlösen, dann braucht man garantiert keine Angst vor einem kaputten Spiegel zu haben. Aber das müssen Sie entscheiden. Ich fand das eine richtig klasse Idee. Von der Treppe kam die Stimme Joachims. Interessanter Gedanke. Würde mich auch mal interessieren, mein Schatz, was du dazu denkst. Glaubst du tatsächlich, dass die Weihnachtsbotschaft stärker ist als alles andere? Also, dass Jesus Christus stärker ist als alles, was uns auf der Welt Angst machen möchte? Oder glaubst du es eigentlich doch nicht? Das ist wirklich mal eine Weihnachtsfrage. Es blieb bestimmt eine ganze Minute lang still, in der alle Anwesenden nachdachten. Schließlich brach Julia das Schweigen. Indem sie einmal laut ausatmete. Und fast ein bisschen trotzig erklärte sie dann, holen Sie Ihren Spiegel und ich werde ihn selbst zerschlagen. Was sie dann auch tat. Mit einem großen Hammer. Während Joachim auf der Terrasse den Gasgrill anwarf und neben dem Gemüse den Braten in feinen Scheiben röstete, machten Julia und Lina die größten der Scherben am Weihnachtsbaum fest. Jede mit einem Gummi, das sie vorher auf der Rückseite mit Klebeband angebracht hatten. Sie waren gerade fertig, als Joachim mit einem großen Tablett im Kinderzimmer erschien. Sorry, ihr Lieben, das wird ein Festmals sondergleichen. Warten Sie! Der Handwerker stand ebenfalls im Türrahmen und grinste die Familie breit an. Unten bin ich fast fertig. Das meiste Wasser ist weg. Und wenn Sie heute Nacht die Fenster im Wohnzimmer weit offen lassen, dürfte das ärgste Morgen schon vorbei sein. Sehen Sie, ausnahmsweise sind Sie echte Gewinner der Klimaveränderung. Es könnte draußen jetzt ja auch minus 15 Grad sein. Es ist aber nicht. Und eine Nacht werden Sie das mit 11 Grad schon überstehen. Ach so, was ich eigentlich sagen wollte, zünden Sie doch erstmal alle Kerzen an. Da drüben auf dem Schminktischchen. Und dann gehen Sie schwupp zur Seite und schauen, wie schön Ihr Baum glitzert. Ich glaube, dass das auch ihrer Tochter gefallen wird, erzwinkerte Lina zu. Und tatsächlich, als die Kerzen brannten und Julia mit einem lauten Voila den Weg freimachte, ging ein lautes Raunen durch den Raum. Denn die Bilder der Flammen tanzten zwischen den Zweigen wunderschön. Der Weihnachtsbaum funkelte und glitzerte wie nie zuvor. Aber mehr noch, Lina hielt den Atem an. Dann sagte sie, ein Sternenhimmel in meinem Zimmer ist ja traumhaft. Denn natürlich spiegelten die Scherben den Kerzenschein auch an die Wände und die Decke, sodass sich überall helle Lichtpunkte verteilten und es aussah, als stünde die Familie irgendwo im Freien und schaute ins Universum. Lange Zeit sagte keiner was. Und irgendwann fing Julia an, den Rücken ihres Mannes zu streicheln. Das hatte sie lange nicht mehr getan. So, begeistert stellte Joachim das Tablett auf den Tisch. Bevor es kalt wird, sagen Sie, Herr Baumann, wollen Sie nicht einfach mit uns essen? Oder müssen Sie gleich weiter? Ach, wenn kein neuer Notfall reinkommt, habe ich jetzt frei. Das ist natürlich ein sehr freundliches Angebot. Vor allem, weil das Essen so unglaublich gut riecht. Ach so, wenn ich darf? Gerne. Es wäre uns eine Freude. Irgendwie haben Sie ja unser Weihnachtsfest gerettet. Und so saßen alle unter dem Sternenhimmel neben einem einzigartig schillernden Tannenbaum und genossen das Essen, inklusive eines riesigen Eisbechers zum Nachttisch. Schließlich hatte der Kühlschrank ja auch keinen Strom mehr und am nächsten Morgen wäre das Eis ohnehin geschmolzen gewesen. Nachdem sich Gabriel Baumann mit einem wohligen Geräusch den Mund mit der Serviette abgewischt hatte, stand er auf, setzte sich ans Klavier und spielte Stille Nacht. Musiker sind Sie auch? Na ja, mehr so Hobby-mäßig. Aber ich spiele in einer Country-Band. Und Weihnachtslieder fand ich schon immer toll. Und obwohl keiner der Familie besonders textsicher war, sangen am Ende alle mit. Ich glaube, ich muss jetzt gehen, murmelte der Klempner irgendwann. Wird Zeit. Und Joachim schenkte ihm noch einen Christstollen und sagte dabei, das war sicherlich das Erstaunlichste, möglicherweise aber auch das schönste Weihnachtsfest, das wir je erlebt haben. Vielen Dank dafür. Gern geschehen. Wir sehen uns dann morgen. Ja, oder mein Kollege kommt. Ich muss jetzt. Er drückte auch Lina und Julia die Hand und verschwand im Dunklen. Als die Familie gerade dabei war, das Geschirr in die Küche zu räumen, klopfte es schon wieder. Wahrscheinlich hat er was vergessen. Julia ging zur Tür und öffnete sie. Aber vorher stand ein anderer Klempner. Peter Börner und Co. Tut mir leid, dass es nicht schneller ging. Heute war wirklich unfassbar viel los. Und das ausgerechnet am Weihnachtsabend. Was? Ihr Kollege war doch schon da. Der, den Sie angerufen und zu uns geschickt haben. Hä? Wer? Kollege? Jetzt bringen Sie mich völlig durcheinander. Ich soll? Also, eins kann ich Ihnen sagen. Ich habe bestimmt niemanden angerufen bei dem Stress, den ich hatte. Joachim schüttelte den Kopf. Was? Das verstehe ich nicht. Er hieß Gabriel. Und hat sogar mit uns gefeiert. Äußerst seltsam. Wie dem auch sei. Hier ist jetzt alles in bester Ordnung. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Na ja, auf jeden Fall fröhliche Weihnachten. Vielen Dank, lieber Fabian, für diese wunderbar skurrile Geschichte mit dem Engelbesuch am Weihnachtsabend mitten im Chaos des Wasserrohrbuchs. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich drauf, wenn wir uns morgen wieder sehen, wenn ich das 19. Türchen öffne. Aus Weihnachtswundernacht Band 7. Tschüss. мер